Na sieh mal einer an, da seid ihr ja. Pünktlich zum größten Desaster hier am Nordpol. Aber hey, was wäre Weihnachten ohne ein bisschen Chaos, oder? Also hier ist die Lage, die Zentralheizung. Das Kornjuwel unserer Weihnachtslogistik ist komplett im Eimer. Und jetzt sitzen meine Elfen hier gefroren wie Eiszapfen bibbernd in der Werkstatt. Die gesamte Geschenkproduktion steht still. Die kleinen Kerchen sind im wahrsten Sinne des Wortes cool geworden. Ohne Elfen keine Geschenke. Und das, Leute, wäre das Ende von Weihnachten. Also, hier ist eure Mission. Erstens, findet das uralte Rezept für einen ziemlich wilden Trank. Ein Schluck von dem Zeug und meine Elfen tanzen wieder durch die Werkstatt, als wäre nichts gewesen. Zweitens, folgt den alten Aufzeichnungen. Sie werden euch zu den seltenen Zutaten führen. Vielleicht kann Edgar, mein treuer Elf, euch dabei helfen. Der kleine Kerl hat zwar das Gedächtnis eines Goldfichs, aber keine Sorge, er wird euch unterwegs zur Seite stehen. Und drittens, braut diesen Trank und bringt das Weihnachtswunder zurück. Oh, und noch was. Ich hab da dieses Action-Pack für euch vorbereitet. Prall gefüllt mit nützlichen Utensilien, die euch auf eurer epischen Reise unterstützen werden. Wahrscheinlich. Also gut, meine Freunde. Zeit, Weihnachten zu retten. Auf ins Abenteuer. Ich weiß, ihr habt das drauf. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! 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 Untertitelung des ZDF, 2020